Was ist die Aktien von den 40%, die die Aktien geschrumpft sind? Von den 40%, wo die Aktien geschrumpft sind, ist das meiste Marktimpact, also die Verwerfungen, die wir hatten, die Unsicherheit an den Markt, die hat dazu geführt, dass die Vermögen um 40% gesunken sind. Es ist eigentlich bei den Aktienfonds ein relativ kleiner Teil aufgrund von Rückzügen von Anleggern. Im Schweizer Markt hatten wir beispielsweise nur etwa 5 Milliarden Net Outflows. Der Rest ist Marktperformanceimpact. Ich gehe schon davon aus, dass wir in Zukunft mehr schliessiger werden von Fonds, als wir das in der Vergangenheit gesehen haben. Weil, wie Sie sagen, wenn die Volumen tief sind, muss man sich irgendwann einmal die Rentabilitätsfrage von einem Anlagefonds überhaupt noch stellen. Ich denke jetzt nicht, dass die grossen Anbieter nie haben. Die können eine solche Durchstrecke mit ihren Volumen noch gut durcharbeiten. Aber viele kleinere Anbieter, die Nischeprodukte haben, die jetzt brutal geschrumpft sind, müssen sich schon überlegen, wie sie in Zukunft weggehen. Jetzt sind wir natürlich bei einem Thema, das unglaubliche Breite hat. Der Anleger generell hat ja eigentlich Tendenz, wie soll ich sagen, immer im falschen Moment das Falsche zu machen. Nämlich, wenn die Aktienmärkte schon 40% gesunken sind, dann überlegt es sich Hilfe, ich muss jetzt aussteigen. Und was passiert dann? Man ist ja nicht dabei, wenn es wieder zu einer Rückbesinnung kommt an den Aktienmärkten. Und das Gegenteil ist, er kauft am meisten, wenn die Aktienmärkte an den höchsten Ständen oben sind. Und läuft damit vielmals vor, nachher in den Tauchern investiert zu sein. Und darum, wenn sie mich fragen, was ich empfehle, dann würde ich sagen, also die, die jetzt in den Aktien der Taucher mitgemacht haben und immer noch investiert sind, würde ich jetzt sicher nicht empfehlen, auszusteigen, sondern ich würde empfehlen, sofern sie es können, durchzuheben und von der Erholung, wo wird kommen, wenn es sich kommt, ist die Frage, aber wo wird kommen, profitieren. Das Anlegerverhalten hat sich verändert und zwar sehe ich eben, dass die Leute sehr, sehr grossen Respekt bekommen haben vor Sachen, die sie nicht mehr verstehen. Und darum, noch einmal der Fonds wird profitieren von diesem Trend. Und das Zweite ist, was rote ich den Anleger, und da komme ich auf den Punkt zurück, die für mich einfach zentral wichtig ist. Der Anleger tendiert in der Regel einfach, im falschen Moment das Falsche zu machen. Jetzt probiert er, brutal in Sicherheit hineinzugehen und verschläuft dann garantiert sicher wieder den Aufschwung und macht die ersten 30-40% nicht mit und steigt nachher wieder ein, wenn es schon wieder gefährlich ist. Und darum rote ich den Anleger ganz selektiv jetzt wieder, nicht auf Eichlapfen, aber so Schritt für Schritt, wieder Risikopositionen aufzubauen. Es bieten sich im Moment Chancen, wie sich das noch selten boten hat. Wandelobligationen, Unternehmensobligationen, Aktien, praktisch überall, das ist Chancen da. Und da eignet sich der Fonds sehr gut, um Schritt für Schritt von diesen Chancen zu profitieren. Wenn man die Lippert-Statistik anschaut, kann man schauen, wie viele «Social Responsible Investments» in unseren Fonds in der Schweiz sind. Und das sind etwa 12 Milliarden Fondsvolumen, das wir heute haben. Ziemlich stark wachsen, weil es ist unbestritten ein Trend, «Social Responsible Investments». Aber natürlich im Vergleich zum Gesamtfondsvolumen ist es immer noch ein relativ bescheidenes Volumen. Wenn Sie untergefestigt verstehen, ist er stabil, dann muss ich sagen, der Nachhaltigkeitsmarkt ist nicht ein spezielles Investmentuniversum, sondern der Nachhaltigkeitsmarkt ist eine Untergruppe von normalen Aktien. Und von diesem her gesehen tendiert der Nachhaltigkeitsmarkt eigentlich ähnlich wie der Aktie oder wie der Obligationenmarkt. Und von diesem her gesehen ist er so gefestigt, wie die traditionellen Märkte auch gefestigt sind. Wenn Sie aber unter gefestigt gesättigt, dann denke ich, nein, lange leben. Weil der Nachhaltigkeitsmarkt hat eine grosse Zukunft vor sich. Das ist ein Thema, das immer mehr Leute beschäftigt. Und von diesem her gesehen denke ich, wir werden im Nachhaltigkeitsbereich noch ein grosses Wachstum in der Zukunft sehen. Ich habe nachhaltiges Investment jetzt als Einzelinvestment, habe ich im Moment nicht, weil ich mich sehr stark auf gewisse Themen fokussiert habe. Wenn Sie mich privat fragen, ich bin ziemlich stark in alternativen Investments investiert gewesen in der Vergangenheit, habe das jetzt eher wieder etwas abgebaut, weil ich bereit möchte sein, um von neuen Trends zu profitieren in Zukunft, von einem Aufschwung zum Beispiel an den Aktienmarkt. Der Ausgewogene, der hat im Durchschnitt etwa 50% Aktien, 50% Obligationen, die ich denke, macht Sinn für ihn. Was aber wichtig ist, ist, dass man in einem Portfolio ist, wo die Aktienallokation auch aktiv managt. Oder wenn man es selber macht, muss man mit Satelliten einen Schwerpunkt setzen in seinem Portfolio. Ich denke, da kann man schon mehr Renditen erzielen, wenn man in panischen Phasen nachher ein bisschen Risiko rausnimmt oder Risiko reintet. Das ist natürlich mein Lieblingsthema. Ich bin überzeugt, dass der traditionelle Anlagefonds, gerade wegen der Krise, in der wir jetzt drin sind, eine Revival erleben wird. Wir spüren das auch bei unseren Kunden, dass, wenn jetzt jemand wieder bereit ist, zu investieren, und man sieht es übrigens auch an Formes hier, wenn jemand wieder bereit ist, zu investieren, man möchte das mit einem verständlichen, transparenten, einfachen Produkt machen. Und da ist der Anlagefonds eigentlich das ideale Produkt dazu. Viele Kunden haben die Finger verbrennt mit komplexen Strukturen, die sie eigentlich nicht mehr verstanden haben. Die möchten wieder simple Sachen, die man dahinter sieht. Wissen Sie, wenn Sie ein bewusstes Aktienengagement eingehen und sagen, ich möchte europäische Aktien kaufen, wissen Sie, dass Sie dort ein Risiko eingehen und wenn der Aktienmarkt 40% verliert, dann sind Sie entweder mit sich selber nicht zufrieden, dass Sie jetzt den Aktienmarkt gewählt haben, oder Sie sind mit dem Produkt nachher nicht zufrieden, wenn das Produkt minus 50% macht, aber wenn das Produkt minus 30% macht, sind Sie eben mit dem Produkt zufrieden. Die grossen Enttäuschungen kommen dort, wo ich in etwas investiere, wo mir irgendetwas versprochen wird und am Schluss kommt etwas ganz anderes raus und ich verstand es nicht, warum es so rausgekommen ist.